Bei den Herren in der Mannschaft sieht man jetzt, dass der Unterschied nicht gross ist in der Technik zwischen den Damen und Herren. Wenn man das genau beobachtet, dann sieht man, technisch stehen die Frauen und die Frauen sind immer gleich. Also nicht gross, es ist nicht gross die Bremse. Die Frauen sehen immer auch, dass es wunderbar funktioniert in den Mixing. Man muss sich nicht anpassen, die Damen und Herren anpassen. Also funktioniert der Mimo-Krei. Wir sagen euch, wir wollen hier in dem Mixing-Team mehr fantastische Camper leben. Wir haben vorhin gesehen, zwischen Gats Dedi und die Achsrust. Der Abschluss ist ein Sieger vom Platz. Aber da wird 11 Ausrichtungen gehabt geben. Wir wollen eine Karriere anschauen mit dem Mixing-Team.